Willkommen zurück hier bei Train Mechanics Simulator 2017. Wir machen weiter mit Fortführen. Wir sind immer noch die Teile zu finden, wo sie sind. Ich habe keine Ahnung. Ist aber nicht gefunden. Ja, ich weiß. Aber ich glaube, die sind hier unten irgendwo. Irgendwo hier beim Motor. So, nochmal Diagnose. Ich muss hier wahrscheinlich jedes einzelne Teil abkontrollieren. Sagen wir mal. Hm. Jetzt schauen wir mal. Oh Gott. Das kann ja lange dauern. Ho. Hilfe. Ist auch sicher, dass es daran liegt. Hm. Ich bin mir nicht so ganz sicher hier. Ach, guck mal. Das ist rot. Oh, das ist auch rot. Oh, oh, oh. Haben wir jetzt einen Übeltäter, oder? Der ist wieder grün. Okay, jetzt machen wir mal weiter. Vielleicht. Aber ich glaube nicht mehr, dass der noch was hat, oder? Warte mal, da drin noch. Nee. Andere Seite. Die sehen aber gut aus. Okay, dann machen wir mal nur die da weg. Demontage. Ah ja, da muss ich das auch mal runter machen, hier. Jetzt geht er zum Glück noch. Jetzt hätten wir's, oder? Huch. Die Dinger sind nicht schlecht, ne? Nee. Alter, das ist ja wirklich alles. Hilfe. Nee, das ist alles grün. Okay, machen wir das mal weg, hier. Demontage. Okay. Was war das jetzt? Das ist das Ding. Was hab ich denn jetzt da abgeschmacht? Verbindungsstück der Kraftstoffleitungen. Okay. Mal gucken. Verbindungsstück der Kraftstoffleitungen. Mal gucken. Verbindungsstück. Wo ist es denn? Hier schon mal nicht. Da. Eins, zwei, drei. Gut. Was ist noch falsch? Ja, sonst nix. Okay. Dann machen wir's wieder drauf. Dann machen wir wieder Montage. So. Was wir da dran machen hier. Oh Gott. Hilfe. ich hätte nicht alles runter machen sollen so dran machen was vergessen hier zack jetzt noch diese zwei dinger dahin die leitung ok Haube drauf schön haben wir jetzt alles gehen wir mal hier rein ob wir alles haben achso ich muss M drücken ne ja jetzt haben wir alles cool ja und jetzt abschließen oder hä ja ist doch schon fertig jetzt was machen wir jetzt was hä warte mal habe ich noch was drin oh klar Motorhalterung hä wo kommt das hin ah ok wie wäre es wenn wir dran schrauben hier ups 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 oh oh das habe ich alles noch von letztes mal weg gemacht ich Idiot ja muss ich euch noch was sagen wer meinen alten wer meinen alten YouTube Kanal noch nicht kennt der kann ihn gerne abonnieren World Games in Neuauflage heißt er Link ist unten in der Video Beschreibung dann mache ich gerade zur Zeit dort Landwirtschaftssimulator 2008 und Bussimulator 2008 und dort werde ich auch in Zukunft weiterhin ältere Spiele zeigen in aller Art also alle Genres und auch neuere Spiele das heißt hier und dort werden Videos gezeigt könnt ihr mal gerne vorbeigucken wenn ihr wollt wo ist noch was da hinten ok dann machen wir das hier noch zack 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 so so schrauben schrauben so zack Alles festschrauben Und wo noch? Hier Oh Gott Uh, ich sehe nichts mehr So, hier noch Oh Gott, wo habe ich das noch gemacht? Auf dem Auftrag sehen wir natürlich auch, wie viele Teile es sind noch Das waren jetzt drei Sachen Also passt es So, hier haben wir alles Und hier noch Oh Gott, was habe ich getan? Hilfe Ich werde mir alles sparen können hier Da unten ist auch was, oder? Ja, Halterung Zack, 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 bum bum Ach, da muss ich auch schon schrauben So, dann schrauben wir da auch nochmal Nee, nee, nee Hallo Dann hier die Halterung noch Dann schauen wir mal, dass wir den nächsten Auftrag kriegen Auswählen Und schrauben Und schrauben Eine nach den anderen Immer schön rein, do Oh mein, da was Da hinten ist was Das gleiche nochmal Oh mein Gott Was habe ich nur getan? Ich bin doch echt zu hohl Oh yeah So, Armtrieb Der Armtriebel Hallo Letzer Hier noch Doch hoffentlich Hoffentlich haben wir es dann auch Haben wir es jetzt? Was? Hauptluftbehälter Wo kommt denn der her? Tschüss Nee Hä? Was ist das jetzt? Was vergessen? Nee Nichts vergessen Hier was vergessen? Jetzt machen wir nicht fertig hier Hinten Ist das gar nichts mehr Hä? Ich steh jetzt nicht Hm Ich steh jetzt nicht Wie kommt denn das her? Hauptluftbehälter Kraftstofftank Aber Kraftstofftank Ventil Hä? Elektronmotor Kommt denn das her? Hä? Oh meine Fälle hier. Die Mundhaar... Nee. Hä? Ich versteh's nicht. Wie... Zustand... Auftrag... Warum kann ich das jetzt nicht beenden? Warte mal da hinten, oder? Fährt da nicht eins? Nee. Hä? Der muss sich runter. Der Kraftstofftank... Ah! Jetzt haben wir's! Pff. Das war das. Huch. Fortfahren. Oh Mann. Also da unten ist auch noch was. Ja klar, ne? Irgendwie logisch. Jetzt geht's. Danke. Okay. So. So. Fortfahren. Und dann gehen wir jetzt mal zum nächsten Auftrag. Mal gucken, was wir diesmal machen müssen. Ich renne mal ein bisschen. So. Ach du Gott. Auftrag Nummer 9. Auftrag Nummer 9. Die Einwohner... Die Einwohner einer Stadt haben Rauch über einer Station in der Vorstadt gemeldet. Prüfe, was die Ursache ist. Okay. Machen wir doch das mal. Huch. Vielleicht mal ein Mikro umschließen. Die Station in der Vorstadt im Sektor D3. Also D3. Na dann fahren wir doch mal hin. D3. Mal gucken, wo das ist, ne? Kann ja sonst wo sein. Spiel fortführen. B, C, D... Alter, hoch. Okay. Dann fahren wir doch mal nach oben. So. Machen wir doch das gleich mal so. Fangen schon zum Stottern an hier. Pch. Wir sind immer noch im Sektor 4. Ja, keine Ahnung, ne? Äh, was? Warte, Tunnel West. Ah, da hinten. Okay. Da sind wir ja schon. So, ein Kran. Zack. Oh, was ist jetzt los mit der Musik? Hallo? Oh, was ist da los? Wo ist der Kran? Ach, da hinten. Okay. Gut. Machen wir doch das mal hoch. Machen wir doch das mal hoch. Machen wir da vorne. Das mal ausfahren. Was ist das für ne chinesische Musik jetzt? Was ist denn jetzt da? Nee, 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 runter. Oh, das sieht gut aus. Äh, Leine. Warte, da wird da irgendwelche komischen Tasten da. Oh ja. So, C. Hoch damit. Okay. Gut. Gut. Ah ja, da rein. Ja, genau. Hä? Nee, jetzt muss doch dahinter, oder nicht? Okay. Ja, klar. Aufhängende Vorrichtung des Entleisten. Zu ist. Und dann drücke C und den Haken zu. Hm. Ganz klar. So, langsam schon mal rein. Langsam, langsam, langsam. Also, da zog ich schon mal in der richtigen Position. Aber nur noch das Ding. So. Okay. Oh, der Mast. Drehen ist A und D. Okay. Objekt drehen. so ein bisschen über die leine noch ein bisschen runter ok und jetzt drehen klein ziehen jetzt drehen komm 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 nee darüber ja sehr gut okay und jetzt wieder zurück zu uns jetzt müssen wir da hin genau wir haben es aber wieder runter von ok passt so rum ja wie wir her gefahren sind wieder zurück da hinten ja dann fahren wir mal ampel ist auch gelb wunderbar ich mache ein bisschen schneller jetzt so jetzt schön ab zur werkstatt so die weike nehmen gut hurra hurra lalalala so reparieren ich bin gespannt wenn solche züge hier kommen oder kommt das gar nicht so sind fünf sachen das sieht man es 1 2 3 4 5 wahrscheinlich ist eines der elemente des abgassystems des motors defekt wir vermuten dass die drosselklappe verantwortlich ist ja die drosselklappe halt die klappe so diagnostik drosselklappe was passt denn gottes willen geht der hier oben oder was aha da haben wir schon mal was machen wir schon mal weg aha da haben wir es doch schon machen wir die dinge weg geht der ratzifatzi braucht man nur klicken okay also eine ventilhaube brauchen wir 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 jetzt schauen wir mal was wir jetzt hier machen können ah ok drosselklappe auch ja erfolgreich ah brauchen wir gar nicht kaufen und das noch ja cool repariert haha geil und wieder dran machen und wieder dran machen wir müssen ja dran gehen hier nicht so zaghaft sein betraulischer was ist los betraulischer mechanismus der drosselklappe und wenn die gestöte weil da gibt es echt eine menge sachen als wie hier bei kamechanik ok das war's schon ne ja der auftrag beendet vielen dank prämie für niedrige kosten danke dann kommt jetzt der nächste auftrag nummer 10 bei einer testfahrt merkt der zugführer dass der motor ungewöhnlich laut läuft finde und repariere den fehler die schwung räder aus ok tausche die schwung räder aus machen wir das mal machen wir wieder die die schwung räder oh gott wo sind die wieder was denn schwung räder hier schon mal nix vielleicht da hinten schwung räder wo finde ich denn die der antrieb ach du lieber gott warte mal wie schaut denn das aus schwung räder ok hier schauen wir nicht äh hydraulik ne auch nicht kraftstoff ne quatsch tch schaut das überhaupt aus hier schwung raad hier schwung raad haa oben aha aha haben wir schon die platte ist auch in ordnung ok dann machen wir das weg gut diagnostik ist wieder gut genau alles klar schwung grad huch wo ist meine werkstatt häa jemand hat aber eine werkstatt geklaut springen kann ich leider nicht könnte ich hier auf das ding springen ne falscher tisch hier hier ok noch mehr beschädigt alles klar hoho dann heute nicht motorteile das ist ganz unten kostet 5500 oh gott so teuer na gut montage wie geht das wieder das war doch hier ah die platte ok erst das jetzt das rad genau dann nochmal die platte ne das war es schon noch ok so einstellen machen wir noch dankeschön nächster schnelle auftrag im zug wurde ein defekte bremsanlage festgestellt finde die defekten teile und repariere sie naja kommt darauf an wie viel das jetzt ist ne prüfe die bremslage der lokomotiv und führe notwendige reparaturen durch ja gut das machen wir beim nächsten mal oh 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 da steht das schaut schon so komisch aus hier ist alles verrostet na gut das machen wir in der nächsten folge hier von trainmechanics simulator 2017 wenn es euch gefallen hat macht einen daumen hoch Abo freut mich auch bis zum nächsten mal tschüss